...über nicht reden willst, aber jetzt weißt du auch nicht, worüber du reden willst, ne? Ja, worüber willst du denn reden, ne? Worüber? Ja. Was? Na, über irgendwas Wichtiges zum Beispiel. Über... über Probleme des Lebens, Mann. Probleme des Lebens? Ja. Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattel-Importeurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. In meiner hatte meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz. Hat er das eigentlich vermietet? Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Ich grüße dich. Ich bin der Memo Fried. Wir werden mal auf die Bilder einladen. Also du und ich, wir können das jetzt einmal ruhig mal machen, was? Ich bin der Vincent. Und du bist... Hi Vincent, ich bin Anna. Oh, Anna. Und äh, sonst so? Oh Mann, oh Mann. Aber weißt du, ist nicht schlimm. Erreiche dich für uns beide. Du musst nur wie und außen. Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder? Das meinst du jetzt. Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Pure Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und... Nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. H coworker ist es... und nach einer Schlaftabletten oder la ses� mailing ist. Ich bin einer Schlaftabletten. Ich bin einer Schlaftabletten. Die är Dank. Ich bin einer Schlaftabschlade. Wie ich bin einer Schlaftabletten. Imство der Ego Union.. An нужно gleich was es...